Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem kleinen Fünfermatch. Nachdem wir jetzt das Turnier abgeschlossen haben bei Schlacht um Mittelerde 2, haben wir uns gedacht, ach komm, ein bisschen was geht noch. Jeder gegen jeden, ein Bittelroyal, wie es sich so schön nennt. Mal gucken, was dabei rauskommt. So. Da kannst du vielleicht noch deinen letzten Platz nochmal wieder gut machen. Ja, vermutlich nicht. Ich müsste halt nur mich so lange zurückhalten, bis einer gestorben ist. Dann habe ich gewonnen. Vielleicht gewinnst du ja jetzt. Naja, vielleicht. Das ist halt eine Karte, ist halt eine Fünferkarte. Wir sind alle doch, wenn ich die richtig in Erinnerung habe, doch vergleichsweise nah beieinander. Das heißt, das wird mit Raushalten sowieso nichts. Und mit dem Gewinnen irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe da kein Glück. So. Mach dich nützlich. Wir haben viel zu tun. Laut! Okay. Gut. So. Wir sind auf jeden Fall im Spiel. Und wir bauen ein Rohstoffgebäude und eine Kaserne. Damit starten wir auf jeden Fall erstmal. Und ich würde sagen, dass wir gleich dann einmal zu unserer Rechten gehen. Und da halt auf jeden Fall auch mal einen schnellen Start dort auf jeden Fall schon mal anstiegern. So, der rennt ja auf jeden Fall schon mal wieder los. Das sieht schon mal gut aus. So, dann gucken wir mal. Gucken wir mal. Wir gucken und gucken und gucken und gucken und gucken. So, unsere Uru-Kai sind auf jeden Fall gleich wieder ready. So, und da brauchen wir auf jeden Fall gleich noch ein Sägewerk. Und danach geht es auf jeden Fall mit Einheiten auf jeden Fall so richtig los. Wir gehen direkt einfach mal nach rechts. Wer ist das? Der Schäfer, okay. So, sehr schön. Und das hat auf jeden Fall gut geklappt. So, der kann ich auf jeden Fall mal noch ein Sägewerk hinbauen. Okay. So, dann gehen wir mal weiter. Okay, da gehen wir nochmal zurück, weil das kriegen wir noch nicht hin. Das kriegen wir noch nicht hin. So, dann gehen wir noch ein Sägewerk hin. Weiter, weiter. Na? Na? Nein, noch nicht. Hm. Hm. Wie, nein. Ich habe noch nicht in den Fall gebraucht. Ich bin jetzt in den Fall gebraucht. Ich hab gebraucht. Da ist mein Video für euch nicht in den Fall gebraucht. Und dann gehen wir auch noch nicht in den Fall gebraucht. Oh, jetzt bin ich quasi kein Video. Ich habe noch einen Sägewerk hinüber gebraucht. So nehmen wir jetzt auch noch der Black Mask. Ja, der Kampfturm dort sollte eigentlich nicht mehr da sein. Okay, ein bisschen was hat er da auf jeden Fall. Ja. Okay, dann gehen wir da mal rein. Okay, scheiße. Ja, das war nicht so gut. Okay. Okay. Okay, das ist natürlich jetzt ein 2 gegen 1, das ist natürlich schwierig zu managen. Ja, das kriege ich natürlich schlecht gematcht. Ja. 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 Okay, es leckt. Was ist das? Okay, zum Lager. So, jetzt holen wir uns mal Saruman auf jeden Fall. So, jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit, eine neue Fähigkeit. Wir machen mal die Heilungsgeschichte. Oh, das war vom Micromanagement nicht gut. Saruman ist angekommen, sehr schön, sehr schön. Ach, Mist, daneben. Okay, da ist nichts passiert. Urugs und die Armbrüste sind bereit. Hier muss ich auf jeden Fall erstmal zurückziehen. Und dann gut, um zu sehen. Ja, das ist ein tolles Mal. Okay. So, jetzt bin ich bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Jetzt bin ich bereit. Und das ist ein Problem. Dann bin ich bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ach, fuck man. Alter, ey, war das ein Gemetzel hier. Junge, 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 oh shit, ey. Ist nah. Aufhalten. Was ist? Was ist das? Aufpassen. Wir haben viel zu tun. Haltet die Wölfe im Traum. Dann kriegt er aber recht. Hier. Noch ein Gebäude. Wir haben sich geschlägt. Breiter Riesengang. Eine neue Macht. Erlebt sich. Ein Bark hat Hunger. Komm schon. Lass die Wacke los. Du ruckst. Komm jetzt. Nicht zurück sein Rüste. Wolfen einlegen. Bewiegen. Bäre. Da sind sie. Weiter. Weiter. Nichts wird uns aufpassen. Gehen wir. Komm schon. Scheiß Elb hier. Mach den Weg frei. Ich dachte, wir sind fertig. Ihr wisst, was... Da bauen wir nochmal eine Rüstkammer. Dann holen wir uns auf jeden Fall mal Lurz. Vielen Dank.